Laufen! Hab einen gehittet. Scheiße, ich treff nix. Laufen Richtung Südwest. Ja, die kommen jetzt hier auf unsere rechte Flanke, Kim. Und die zu. Auf eure rechte Flanke? Ja, also die sind jetzt hier so bei... in der Nähe des Wagens. Ja. Komm mal rüber. Mal gehittet, sag mal, können die mal sterben, verdammte Scheiße. Ah, irgendwo über den Bagen. Die laufen immer weiter rum. Mhm. Ja. Fuck, Mann. Ja, gute Idee. Ja, da sind auch Vögel hochgegangen. Genau, Richtung West. Komm jetzt rum. Meinst du, das ist soweit? Jaja. Ja. 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 Ja, da ist auch der Flanke. Die Hände in der Flanke sind ja auch der Flanke. Hinter uns, mein nächstes Zombie Das war sehr nah Mhm Was ist das? Nichts getroffen Da war es jetzt auch wieder nicht Der ist so auf der Höhe des Zauns drin Ich hab da jetzt noch niemanden gesehen, aber... Ja Bila 1, geh mal von der Straße runter, bitte Die haben gerade den Zopf wieder geschossen, bin da an Hab ihn, ich hol dich Der war im Fenster Cool Okay Ich wirfe einer was Ja, ich laufe in den Wald Gut 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 Ja, da auf der Straße Bin gehittet, schon wieder kein Kill Scheiß Ich bin auf der Straße, er guckt jetzt grad Ich seh niemanden Ah, er hat gerade geguckt Ah, er hat gerade wieder lang Ich hab ihn noch einmal getroffen Jetzt schrecken hier Vögel hinter mir auf, was ist denn das? Shit Nach wie vor dort irgendwo Nach wie vor dort irgendwo Rechts Ja, im Zaun Im Zaun Ungefähr A few inches later Ach, fuck, Junge, rechts. Nimm da Dann hinter dem Zaun da Ja, ist es Irgendwo da Rechts von dir Ja, fuck, ey So treff ich denn nicht Noch von weiter Rechts Ich glaube, ich habe gerade einen Zombie geheadshottet Das ist ja nützlos Der kommt hier rechts jetzt Das war ich Da war Hakim Ja, da am Baum Treffer Links davon ist noch einer Nach wie vor da am Baum, Jasper Müsstest ihn haben Und jetzt hier links noch Direkt bei mir An dem Haufen Ja, nice Bin jetzt unten Jetzt gibt es kein Zurück mehr Schritte Da oben Der ist tot Alles klar, komm, wir pushen jetzt Ich habe hier keine Lust Na ja, weiter Ja Und wo? Direkt oben Direkt oben Einfach hin Einen habe ich Und jetzt, Christoph, du rennst direkt drauf zu Wenn du den Zape hochkommst Ja, perfekt Ja, da Steht da vorne auf der Wiese Wo ist er hin? Hinter dem Baum Scheiße Ich hole dich, Benny Ja Erst bei mir Ich glaube, hinter dem Holzhaufen oder so Irgendwo hier Sehr nah Ja, hier Könnt ihn euch Scheiße Hat mich Das ist die Zeit, der ist verletzt Dann darf ich mir eben keine Zeit Nein, das gibt es doch nicht Ach, Mann Ey, das ist doch Wie wäre übrigens ein Medikit Unten Spieler, glaube ich, im Norden Okay Ja Am Zaun Okay Kannst du nochmal Pingu genau? Ja, 0 Grad ungefähr am Zaun Ja Also schon auf diesem Gelände drauf Hier war das Hm Ja Hinterm Gebäude Ich habe einen gehittet Ja, der war das Einer ist da, ne? Einer, ja Ist der tot? Einer ist tot Liegt hier Dieser Weiße Ja, okay Ja Oh, Schuss auf mich Von wo? Scheiße, ich sehe den nicht Du musst irgendwo da Ah, am Zaun Da oben Ja, da ist auch noch einer am Zaun Oder Ja, vielleicht meintest du den auch Weiß ich, der war dunkel Ja Ja Ja, der läuft immerhin nur her Ja Markern, wenn ihr was seht Ja, der ist da ungefähr Okay Zwing mal seinen Kumpel an Das ist ne gute Idee Der hatte kein großes Kaliber Es hat mich nicht stark verletzt Links ist er jetzt Weiß du nicht, geht Ist er den Baum da, oder? Ja, da Blaue Weste Äh, läuft da in den Sumpf rein Interessanterweise Ja Sehe ich ihn nicht mehr Ach, da Ah, scheiße Da oben ist noch einer am Zaun Fuck Drecksack Was ist für den Blauen noch? Nee Häft ja jemand gegen die Spinne Fuck, fuck Kannst du nochmal pingen, wo die Schüsse herkommen? Ungefähr da Ja, da ist was Und bleib stehen Oben Der Headshot Mit der roten Shirt ist tot Ja Den da Weißt du? Nice Das war ein geiler Schuss So, der Blaue allerdings noch nicht Das war der, der links in den Sumpf gelaufen ist Ja Ja Der Blaue N-Word Hast du was denn anzuzünden, Christoph? Nee Aber ich weiß auch nicht, wo er liegt Ähm Herr Kimp Ich hätte was Achso Der ist hier schon ausgebrannt Okay Den, den, ganz am Anfang habe ich schon ausgebrannt, ja? Den, den du erschossen hast, keine Ahnung, wo der ist Ja, sollten wir auch finden und abbrennen Ja, irgendwo da hinten bist du schon ganz richtig Irgendwo da im Zaune Da hinten ist er Marker Nach links weggelaufen Von meinem Marker ausgesehen Ich habe ihn einmal gehittet Ja Ja Das ist hier im Moment noch nichts Ja Straße Ja Gut, dann braucht er auch nichts mehr abfackeln Ja Die Schweine Und dann Gucken wir mal, ob inzwischen jemand den Boss getötet hat Wo hattet ihr den mit dem roten Hemd? Ah, das ist ja eh schon genug Ja, keine Ahnung, wo war der? Oh, keiner, ist ja egal Das war schon da hinten irgendwo an dem Zaun, aber Genau kann ich das jetzt auch nicht mehr sagen Was ist der denn hier? Schöne Romero Das waren auch komplette Level 1 Ich habe nichts Ah, auf mich wird geschossen hier am Haus Scheiße Von wo? Der kommt hier rein Der ist im Haus Ne, noch nicht, aber sehr nah dran Er ist da, wo du bist im Grunde Auf dem Platz Oder schon reingelaufen Auf dem Platz ist niemand Er ist bei mir Oder ist, ne Du bist schon in 1 Ich bin 1 Im Haus Der hat ja irgendwie eine Shotgun oder was? Ja Vielleicht eine Keltwill oder Dann halten wir doch mal Abstand Es war halt auf dem Platz vor dem Haus Vielleicht kommst du mal raus zu uns Ja, ist besser Ich wurde halt hier angeschossen auf dem Platz Vielleicht von hier unten Ja Da unten sind sie beide drin Ah, okay Ich habe eine Dynamitstange Es gibt noch die andere Tür hier, ne? Soll ich da mal hingehen? Ja, macht das ruhig Oh, da ist er direkt links von der Tür Hier ist auch jemand Hinter dem Haus Oh, der ist ein Ficker, ey Ja, muss Gab ihn Also 1 Der Priester lebt aber noch Ja, der Priester ist unten Unter dem Crawl Space Da Bei mir Direkt hier Jawohl Alles gesehen Nein Was ist der Priester? Da ist doch eine Frau mit einer Keltbell unten Oh, das war vielleicht gar nicht so clever Die ist jetzt echt da In dem Grab, wo ich gestorben bin Hinter der Wand einfach Ach, Idiot Zwei bei mir Kim geht da nicht Scheiße Ein Schuss noch bei den Pistolen Ja, was soll ich machen? Nachladen dauert ja ewig Ja Ja Vielen Dank.